Mr. Freako! Waffe auf jeden Fall, ich glaube das war eine schwere Waffe, also zählt zu schweren Waffen. Können wir die mal nehmen, weil die war ja nicht verkehrt ne, würde ich mal sagen. Können wir die auch noch ein bisschen aufleveln. Und hier in Team Deathmatch, da ist das doch schon ganz gut. Die hier, Amelie Schikanerie, Elite, das war doch eine ganz gute. Können wir nehmen. Team Deathmatch. Wollen wir mal. Ah scheiß, ich wollte mir den holen. So, haben wir, sehr gut. Jawoll, zauberknapp ey. Mensch. Fuck. Nein, von hinten, diese Lappen. Ich dachte, der kommt noch um die Ecke, aber... Wow, scheiße. Jetzt. Sehr gut. Hehehe. Wir labern da immer. Richtig banausig. Ja, den. Wo seid ihr denn alle? Oh oh. Ja. Jawoll. Drohne raus. Ah, jetzt hab ich die Vorräte rausgehauen. Egal. Komm schnell. Ja. Solarfokussierung, was ist das wieder für ein Scheiß? Was ist das? Was ist das? Alter, was? Was ist das für ein Schrott? Das hatte ich noch nie, Alter. Was geht da ab? Fuck, wo sind welche? Irgendwo da im Gebäude. Kein Plan. Da läuft einer rum. Da laufen sie. Los, los, los. Shit. Boah, voll schwer zu steuern, die Scheiße. Komm schon. Zack. Ah, heftig, ey. Ich hatte sowas noch nie, ne? Kenn ich halt damit nicht auch so richtig. Laser, yo. So. Aufpasst denn hier. Oh oh. Was? Scheiße, Entdeckung. Fuck, fuck, fuck. Nein. Oh. Ich hab schon auf der Karte gesehen. Shit. Das war nicht so gut. Nein. Wenn du lachst. Fuck, ich muss nachladen. Wo ist er denn? Da. Alles leer. Lade nah. Boah, schade. Fast hätte ich ihn gemessert, Alter. Was für ein Kampf. Shit. Junge, da geht der Fight. Aber ich kann. Ich krieg hier nicht eine gute Position. Alter. Was geht hier ab? Ich sollte hier ein bisschen aufpassen. Komm schon. Wir brauchen nur 7 Kilo. Und wir haben gewonnen. Ja, shit. Wir gewinnen. Nur ein paar Kills, dann haben wir es schon auch. Fuck me, er ist schnell. Er ist ein schnelles Mann. Er ist ein schnelles Mann. Er ist ein schnelles Mann. Was er labert. He he. Feindliche Drohne online. Komm, schnell nochmal eine Drohne raus. Aber es ist jetzt eh vorbei. Es ist jetzt eh vorbei. Jawoll. Schön, schön, schön. Na, 12-7. Das ist doch mal für mich nicht schlecht. S-12. Wo ist die denn drin hier? Ist das auch schwere Waffen? Oder war die grad hier? Nee. Schwere. Hä? Die ist hier nicht. Da, S-12. Das ist eine Schrotflinte? Vollautomatisch. Okay. Nehme ich erst mal rein. Probier ich doch mal aus. Einfach mal so. Hm. Obwohl, ne, wir wollen ja, wir wollen ja diese Aufgabe erfüllen, ne? Mit schwere Waffen. Hier auf Herrschaft, Therese, müssten wir hinkriegen jetzt. Auf geht's! Los! Aufpassen. Sehr gut. Komm direkt mal Drohne raus hier. Zack. Na, wo sind sie? Okay. Der Feind hat C. Oh, schade. Ich sehe ihn nicht, äh? Dann machen wir halt so. Tja. Nein! Weg bin ich. Doch nicht. Wurde gerettet, Alter. Sehr gut. Nein! Meine Vorräte! Leute! Fuck! Scheiße weg! Nein! Meine Vorräte! Leute! Fuck! Feindliche Drohne! Verbündete Drohne über uns! Arme gesichert! Shutdown! Nein! Fuck! Mach mal sogar rein! Seid hier! Oh, da soll ich jetzt nicht lang! Oh, da ist dieser Reuden-Bastarde! Und so ein Laser ist glaube ich auch unterwegs! Wir verlieren Alpha! Shit! Wir verlieren alles, Leute! Mach keinen Scheiß hier! So, schnell! Nein, nein, nein! Jetzt bin ich gleich am Arsch! Jetzt bin ich gleich am Arsch! Nein! Oh, haha! Er läuft mir schon vor, die Flinte und ich krieg ihn nicht! Komm schon gleich vorbei, wir haben's! Best! Nein, wir haben's neutralisiert! Wir gewinnen! Die Runde! Ja! Sehr schön! 89 zu 60! Die andere Seite! Jetzt müssen wir was halten! So einen großen Vorsprung haben wir nicht! Müssen wir jetzt aufpassen! Das war das Reißen hier! Lando ist weiter! Ah, gesichert! Der Feind hat C! Wir haben alles im Griff! Bravo wird gesichert! Oh, fuck! Nein! Fuck! Wir haben B verloren! Der Feind hat Bravo! Wow! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Komm schon! Komm schon! Wir gewinnen trotzdem! Auch wenn das grad scheiße läuft! Fuck! Hätte ich mal beide kriegen können! Jetzt wird's aber kritisch hier, Leute! Jetzt haut mal rein! Nein! Jetzt wird's aber schnell hier! Hm! Gibt's doch nicht! Wir verlieren C! Wir haben B verloren! Wir verlieren Alpha! Fuck! Fuck! Was ist schon wieder Alpha? Was ist denn hier los, Alter? Fuck! Aber drei Stück auf einmal! Das war schon geil! Wenn die sich hier alle so bescheuert tummeln! Nicht mein Problem! Also wir verlieren hier noch! Wir müssen aufpassen! Wow! How the hell do I start looking for friends? Bravo wird gesichert! Komm schon! Oh, ja, ja, ja! Gut, Alter! Ja! Drohne raus! Komm! Nein! Fuck! Was war das für'n Scheiß? Wegen fucking Nachladen! Ja! Raus damit! Ist egal, wir gewinnen, Mann! Wir gewinnen! Ruhig bleiben! Nein! Shit! Ich habe ihn auf der Karte gerade erst entdeckt! Und dann war es doch schon zu spät! Huiuiuiui! Was für'n Game schon wieder! Heftig! Ich glaube, ich renne mal schnell zu B! Komm! Hey! Motherfucker! Heil! Hey! Hey! Motherfucker! Wir sind gleichgerlich! Hör! Ja, gut! Wir sind gleichgerlich! Hör! Hast du hier? Hä? noch mal drohne raus wir haben es leute wir haben es nein sterbe noch mal ich glaube es nicht aber ich werde wohl nicht hoffentlich nicht letzter kill sein jawohl schönes dinge hat spaß gemacht 16 21 na ja doch noch im negativen gelandet schade aber war eine ganz coole rund hat spaß gemacht ich würde sagen es war es hier mit dieser folge let's play kauf der johns war für ein multiplayer ich würde sagen hau rein bis dann und